wenn du nur drei tipps geben kannst ich weiß so geduld also mit geduld langsam und mit geduld üben das ist das ist zuerst dann immer auf der suche nach was neues sein also habe ich es gibt immer was neues zu entdecken also wie davor gesagt haben wir sind kreativ und können wir auch diese kreativität gut kanalisieren und für die klarinett ist ein blädchen 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 also blädchen in diesem ganzen chaos und diese stunden also umorganisation also die blädchen nicht vergessen weil man kann stundenlang üben aber muss man ein gutes blatt haben dass das blatt macht die musik nicht nur aber macht auch musik also die nicht klarinettisten können sich vor allem dann eben geduld und langsam üben rausnehmen als übe tipp und immer was neues entdecken und kreativer abonniere